Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Freitag, den 17.01.2014, 19.25 Uhr ganz genau. Wir blicken auf die Woche zurück und sie endet bullisch für die Aktienindizes. Auch Gold konnte sich hier leicht stabilisieren und schließt knapp bei 1.252 US-Dollarn. Wenn wir uns den Freitag jetzt nochmal vor das geistige Auge führen und nochmal schauen, was ist heute passiert in den Aktienindizes, muss man sagen, ein gemischter Freitag neigt sich dem Ende zu. Der DAX leicht im Gewinn, plus 0,16% Euro-Stocks, etwas im Verlust. Dow Jones im Gewinn, Nasdaq und S&P leicht im Verlust, also ein durchwachsenes Bild heute. Der Euro verlor knappes Prozentverlorer und fiel auf 1.3520. Da stehen wir aktuell und der US-Dollar wurde heute leicht stärker, besonders schwach muss man sagen. Der australische Dollar und der neuseeländische Dollar, das britische Pfund aufgrund von guten Zahlen heute um 10.30 Uhr konnte sich leicht stärker präsentieren. Also, wie schaut es aus, was könnt ihr uns nächste Woche erwarten, bzw. wie sieht die aktuelle charttechnische Situation in den Basiswerten aus, die wir immer besprechen. Gold. Gold wird nächste Woche nur dann interessant, wenn wir über 1.272 US-Dollar ansteigen können. Das sind ja hier unsere zwei Szenarien. Da hat sich wenig verändert und das lassen wir auch so stehen. Silber zeugte sich heute auch leicht bullisch, konnte hier etwas zulegen. Ein halbes Dollar pro Fein und Silber ging es nach oben. Auch da ein Long-Setup über 20.80 und ansonsten halten wir uns aus dieser seitwärts gerichteten Phase eher raus. Ich sagte es bereits, der Euro-US-Dollar, der ging heute durchaus in die Knie. Das bärische Momentum übernahm hier und wir gingen knapp 100 Pips nach unten. Wir tendieren jetzt hier an dieser Tagestrendlinie, die durchaus unterstützend wirkt. Sollte es nächste Woche hier unter die 1.35 gehen, wäre das nächste Kursziel dann hier die 1.3450. Das ist die Tages-EMA 200. Da könnten wir uns stabilisieren. Aktuell durchaus überwiegen die bärischen Impulse. Es könnte bullischer werden. Konkret, wenn wir dann eventuell, falls es sich hier um eine bullische Flagge handeln, sollten diese Flagge nächste Woche getriggert wird. Ansonsten sollte man vorsichtig sein. Jedenfalls aktuell scheint das bärische Momentum durchgehend heute zu drücken, was man an dieser Tageskerze sieht. Das britische Fund gegen den US-Dollar zeigte sich heute stärker. Sieht man hier an dieser grünen H4-Kerze, da ging es knapp 132 Pips nach oben. Natürlich auch bedingt durch die Daten um 10.30. Nächste Woche könnte eine Long-Position interessant werden über 1.6470. Was haben wir noch? US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Relativ stark, schöner, übergeordneter, aufwärtsgerichteter Trend. Sollten wir nächste Woche hier diesen Punkt 2 überschreiten. Die psychologische Marke letztendlich von 1.099. Die können wir auf aufrunden. Das kann man ruhig auch aufrunden hier auf die 1.10er Marke. Sollte es da über die 1.10er Marke gehen, scheint eine Trendfortsetzung hier sehr, sehr wahrscheinlich. Eigentlich, man sieht nochmal in der Rückschau, dass der Trend wirklich sehr, sehr dynamisch und vor allem sehr, sehr stark ist. Der Euro-Yen, da haben wir einige Fragen bekommen. Der hat hier mustergültig und das sieht man sehr, sehr schön auf dem Tageschart. Gerade wenn man jetzt in den Linienchart wechselt, eine wunderschöne SKS-Formation getriggert und geht jetzt hinüber in eine Korrektur. Zwischenzeitliche Stationen könnten sein hier im Bereich der psychologischen 140er Marke. Aber falls die Korrektur weiterläuft, müsste man auch mit einer größeren Korrektur rechnen. Und ein besonderes interessantes Level liegt da bei der 135er Marke. Hier unten kommt dann auch noch die Tages-EMA-SMA dazu. Das heißt, eigentlich könnte sich die Korrektur ausweiten. Und wenn sie sich ausweitet, wäre hier unten nach Umkehrsignalen Ausschau zu halten. Es ist ein bisschen weit entfernt, das gebe ich zu. Aber es wäre einfach ein schönes Pullback-Level. Unterstützungen also kurzfristig im Bereich von 140 japanischen Yen pro Euro, 137,60 und 135,44. Der Euro-Kanadisch-Dollar, den können wir uns auch noch mal anschauen. Der nähert sich langsam unserem Einstiegsniveau bei 1,48. Da könnte er bullisch nach oben gehen. Wir sind ja hier sehr bärisch an der, was war das, Monats-EMA 200 abgeprallt. Wenn er sich dann hier stabilisieren könnte, bullisch, wäre es eigentlich ein schönes Setup. Vorausgesetzt, wir sehen hier wirklich untergeordnet dann auch eine Trendwende, die den Trendwende-Prozess einleitet natürlich. Und dann hier daraus eventuell ein neuer Bewegungsast entstehen lässt. Was haben wir noch? Australisch-Dollar, Schweizer Franken. Gehen wir mal kurz durch. Wo ist er? Hier ist er. Hatten wir zwei Setups. Einmal ein Short im Bereich von 0,80,45, wo kamen wir nicht hin und einmal unter 0,79,51. Wir warten aktuell noch ab, wenn denn diese zwei Setups stehen und daran wird auch nichts verändert. Und dann kommen wir noch mal zum British Fund NZD. Den hatten wir lange nicht mehr im Programm. Der hier konsolidiert aktuell nach einer sehr bullischen Bewegung in einer zeitlichen Korrektur zwischen 1,98,50 und 1,99,20. Natürlich wird hier der bullische Ausbruch interessant. Hätte dann 80 Pips Platz bis zur psychologischen Zweiermarke hier in dem Fall, beziehungsweise bis zu diesem Level. Also könnte auch hier ein Ausbruch bevorstehen. Korrektiver wird es dann, sobald wir diese Konsolidierungsformation Bäre sprechen, dann wird es natürlich noch mal interessant, wenn wir hier dieses ehemalige Ausbruchslevel antesten. Ich mache das noch ein bisschen kleiner. Dann wäre natürlich hier unten noch mal eine interessante Longposition vorhanden im Falle von Umkehrsignalen untergeordneten Trendwendeprozessen. Und damit zu den Aktienindizes. Das war es schon, was Forex anbelangt. Der Nasdaq zeigt sich einigermaßen stark. Wir korrigierten heute hier auf die bisherigen Jahres- und Allzeithöchststände. Wo, nee, Jahreshöchststände. Der Nasdaq war ja ein bisschen höher. Im Bereich von 3.590 Punkten. Alles in allem muss man sagen, solange der S&P hier nicht ausbricht. Und das war ja letztendlich unser Indikator. Wir hatten gesagt, erst wenn der S&P tatsächlich hier ein neues Hoch bestätigt, über 1.851 Punkten, dann haben wir auch hier eine Bestätigung vom Marktbreiten S&P. Gleiches gilt natürlich für den Dow Jones. Wir sahen heute leicht steigende Kurse. Ja, 50 Punkte. Aber alles in allem müssen wir sagen, nach dieser sehr bullischen Aufwärtsbewegung, die ja knapp 900 Punkte groß war, lang war, oder 900 Punkte Werte, sind wir hier aktuell in einer Korrekturphase. Das sieht man sehr, sehr schön an den Kerzen, sehr, sehr schön am Marktverlauf. Und da bleibt weiterhin die Long-Position oder der geplante Long-Position bei 16.150 oder über 16.580 Punkten bestehen. Der DAX zeigte sich heute etwas stärker. Wir sahen ja eine sehr, sehr bullische Woche. Da könnte es nächste Woche interessant werden im Sinne eines Trendfolgeansatzes, wenn wir hier nochmal ins Pullback-Niveau reinkaufen, beziehungsweise dann kaufen, wenn er hier drüber ausbricht. Das wären so die zwei Marken. Gegebenenfalls kommt eventuell noch eine tiefer gehende Korrektur. Das wäre dann in diesem Bereich. Wenn man sich einfach mal hier so das Ganze ohne alles anschaut, mit den jeweiligen unterstützenden EMAs, die hier helfen können, das Ganze nochmal ein bisschen besser aufzugliedern, können wir auch sagen, dass momentan hier diese Seitwärtsphase durchaus noch unterstützend wirkt im Bereich von 9.630 Punkten. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Aufmerksamkeit. Das war es von meiner Stelle aus, zumindest für heute, für den Freitag. Natürlich geht es Montag weiter, wie gewohnt mit dem Forex am Morgen um 9.30 Uhr. Bis dahin sage ich ein schönes Wochenende, good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.